Ich sehe ja schon verdammt lässig aus mit meinem Bandana. Es geht! Was ist hier es geht? Du bist als so ein Moppethelm. Meiner schützt aber mehr. Bislang bin ich so erschossen. Oder ich bin verhungert. Also, oder verdummt. Ich kann auch ein Trucker-Cappy aufziehen. Was ist das denn für ein Hut? Was hast du gefunden? Okay, ich habe meinen Hut. Was hast du gefunden? Ich habe das Bandana in Stücke. Wenn ich es denn auch finde. Löse es weg. Hallo! Ja, guck mal, da gibt es auch noch einen... Ein was? Ein Boonie Head. Ich bleib bei meinem Moppethelm. Ich nehme meinen... Audi-Partner Kaubi. 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 Okay, ich gehe ins nächste Haus. Bis jetzt in den braunen, ne? Ja, Kaubi ist der Bruder von mir. Der schluckt nicht alles runter, der haut alles kaputt. Was? Ey hier ist... Nichts! Ist hier. Hast du gerade noch überlegt, ob du das noch weiter ausführen möchtest? Das liegt nie... Eine Heizdecke. Warte, eine Heiz... Ja, wie? Eine Heizdecke. Was ist das hier? Hosen. Schön. die Städte ich habe was zu trinken gefunden ich bin glaube ich in dem Haupt bei Laufbeser ich gehe das grün-gelb-rote ich sehe dich immer auf von der anderen Seite ein die nehm ich aber trinken den Kids bist du noch energized hydrated doch jetzt ich wieder das spinnt irgendwie ein bisschen rum oder durch die Orange das kann natürlich sein das ist richtig Orange so ein halbes Stündchen könnte ich noch meinst du wir schaffen es dann noch bis dahin jetzt kommt ja nichts wir müssen einfach nur rennen vielleicht finden wir noch irgendwie ein Wildschwein oder so das erlegen wir mit großen Händen was ist das was ist das Dünger Brown Hunter Pants das ist gut Tomate Seeds dann schmeiße ich das Ding da weg ich nehme die Tomaten Seeds mit Dünger Dünger was sind die Bini Bini gefällt mir besser Ach ja wieder in der frischen Luft nützt gut sind wir scheue gewesen müssen wir also wir können entweder durch den Wald wenn ich das hier richtig sehe ich würde mal die nächste nach links irgendwo hin abbiegen weil dann ist da so eine Schneise und dann ist da irgendwie so ein Punkt ich will wissen was das ist ok dann müssen wir uns links abbiegen gleich irgendwann ach es gibt ja auch noch Beeren ja man weiß ja nie so ganz ob man die essen kann bevor ich verhungere fresse ich auch das so hier endet der Weg ja ich glaube das ist so eine Futter Dings aber lass mal da hingehen ich geh mal schnell nach ja das ist ein Futter Drogen vielleicht kann man ja da was essen hat das recht da rein aber da ist nix oh doch da ist Gas toll ok dann lass mal zur Schneise gehen ja ich hole die wieder unauffällig hast ja ne Brille auch eingebildet ich weiß jetzt nicht so ganz wo die hier ist aber ich schätze mal da vorne das sieht ganz gut aus hier das hier ist glaube ich die Schneise ja bist du noch da? du bist noch da direkt hinter dir und an dir eingezogen eingezogen so so äh weiter hier lang Tierchen habe ich bisher noch nicht gesehen ich auch nicht aber wir rennen ja durch den Wald also ist ja jetzt nicht so dass wir besonders leise werden aber wo hast du denn das letzte Mal ein Wildschwein gesehen? äh im Wald irgendwie das sieht nicht so aus als wäre hier was? das dauert auch noch ein bisschen ja okay okay machst du auch wieder die Zickzack-Taktik? ich versuch's aber es hilft nicht so richtig hier ist noch mal ein hier ist noch mal ein der Trog aber ein kleiner wo bist denn du? da wo? ich bin den Berg rauf und dann kommt so ein kleines Blatt rein da bin ich leicht recht abgewogen da hier pass mal nach ganz oben da ist ein Hütchen den steilsten auf okay das ist bestimmt das Hütchen was ich gesehen habe auf der Karte ach da geht aber äh nach verbessertem Scheißhaus aus ich hab eine Dingsbums einen Sledgehammer eine Waffe den Stun Matron so dann ist ja nicht jetzt nicht mehr weit zu rock okay ja dann nur ähm also ich schätze mal wir müssen so in die Richtung oder? ich hab keine Ahnung aber gerne das war auch mehr als warum können wir nicht wenn du verdursten werde ich auf keinen Fall ich bin hungry ich auch rot hungry bin ich laut der Meldung hier unten bin ich am verhungern my stomach my stomach my stomach grumbled violently wird stamm gramm bam nam 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 Wie früh willst du denn aufstehen? Ja, weiß ich noch nicht so ganz, weil am Samstag ist ja Weihnachtsfeier. Achso, ja, das könnte dann also zu einem späteren Zeitpunkt des Aufstehens... Ja, also um 10 Uhr bin ich auf jeden Fall wach. Ja, dann kann man mittags anfangen, nach dem Mittagessen. Ja, okay, das hört sich gut an. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht so viel in mich rein schnupf. Nicht, dass ich dann vom Fresskoma befallen werde. Fresskoma? Ja, Sie kennen Sie, das ist der offizielle Begriff. Zumindest hat man mir das mal gesagt. Wenn du nach dem Essen total schlapp bist, weil du nur noch am Verdauen bist, das ist Fresskoma. Ja, das hat dann Dennis und ich jedes Wochenende. Hier ist ein Ausguck. Oder... Ausguck? Aber ein Turm ist hier. Ne, das andere war Devils irgendwas, ne? Devils Castle oder so. Ich hoffe mal nicht, dass hier das wieder so ein Bullshit ist. Das sieht aus wie eine Burgruine. Das heißt ja nichts. Ich kann ja sagen, dass es da gute Sachen gibt. Ich... Essen und so. ...bezweifelt es jetzt ein bisschen, aber okay. So, ich bin jetzt an der Ruine angekommen. Ich gehe mal nach oben. Ich gehe mal hier nach rechts irgendwo, guck mal. Also hier ist... ...nix. So, wenn ich gleich tot bin, bin ich runtergefallen. Dann nehme ich deinen Vorschlag am... Ja. Hier liegt eine Spitz... ...dings... ...spitz... ...der Hütchen bist du ja schon mal vorbeigelaufen. Ich? Oder? Bist du hinter dem Turm? Ja, also ich gehe gerade nach oben. Jetzt bin ich oben drauf. Du bist am ersten Hütchen, bist du schon mal vorbeigelaufen. Da schweben Schuhe in ungefähr drei Meter Höhe. Ja, Schuhe ist gut. Brauche ich neue Schuhe? Kann ich neue Schuhe brauchen? Nö, eigentlich nicht. Nicht erschrecken, ich komme auch den Turm hoch. Aha, 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 aha. Wie ist das hier? Ach so, der olle Kumpus. Yeah, ein Knicklicht! Wie du dich freust! Der Rave aufm, aufm, aufm Schlossdach, geil! Kannst du damit auch klatschen? Äh, auf was klatscht man denn? Nee, kannst du nicht, wo hast du es hingelegt? Jetzt hast du es wieder in der Hand. Ja, aber warte mal, kann ich schon das, das, das will ich haben, das da? Wenn ich schon verhungern muss, dann möchte ich zumindest noch eine Gaslampen mitnehmen. Kann ich nicht. Steckt den Boden fest. Boah, ist ja f... Wie lange, mal gucken, wie lange das hält. Wie lange das hält. Na, lass mal gehen. Ich habe so das Gefühl, dass es lange dunkel wird. Ja, das habe ich auch. Ja, vielleicht ist hier wieder so ein Scheißhaus, habe ich das schon mal gesagt? Äh, ob hier ein Scheißhaus ist? Äh, oder das hier? Ne, heute nicht. Glaube ich mal. Okay, gut. Alter, strahlst du ab, ey. Das ist auf jeden Fall nicht so umfangreich. Und da ist eine Tür. Da gehe ich mal rein. Hier ist nix. Schön. Nicht so umfangreich wie das andere. Ach, guck mal, da sind... Was steht denn da? Kann ich nicht lesen. Ach so, es ist... Gedingsbums. Okay. Wo sind wir denn jetzt? Rock ist... Werde... Nsta, werde das nächste. Und den Pustoi... Dingsbums? Gibbet... Ein Polizeidingsbums. Mal nach, ähm... Nsta gehen. Okay, hier gibt es irgendwo... Ich denke mal, das ist der Weg, der hier runterführt. Und dann ist das... Ich glaube, das ist ein Fluss, oder? Obwohl, warte mal. Wenn wir zurückgehen, da ist auch noch ganz kleines Häusergedöns. Wenn wir ein bisschen südlich gehen. Siehst du das auf der Karte? Wo können wir da hin? Ja, lass hängen gehen. Ich schätze mal, wir müssen dann hier rum, irgendwie. Ich folge einfach dem... Ja. Leuchtest die Bäume voll grün an? Oder ist das der Weg, der da runtergeführt? Ist hier ein Weg? Ja, unten ist ein Weg. Also rechts... Verläuft parallel. Ja, das ist der... Da gehen wir unten auf dem Weg und irgendwann müsste es dann links abgehen. Okay. Vielleicht finden wir auf dem Weg noch ein paar Büsche, von denen man klauen kann. Ich weiß aber nicht, wie die aussehen. Ich glaube, das ist ein Farne. Die kann man zwar auch essen, glaube ich nicht. Da kommt der grüne Schein von hinten. My stomach grumbled violently. Ich sehe immer so... dass der immer so gewaltsam krummeln muss den Weg lang da oben ist Häuschen und so ach, die hat schon vorbei gelaufen? ja, aber hier geht auch kein Weg irgendwie hoch ich dachte, wenn man da den Weg lang läuft, dann kommt man da automatisch hin